Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den amerikanischen Zerstörer auf Stufe. Ach, die L&M Sumner am Start. Dort werden wir uns natürlich alles genau anschauen. Welche Module ich nutze, welche Verbesserungen wir verbaut haben. Dann schauen wir uns die Verbrauchsmaterialien an, die Werte. Vergleichen diese mit anderen Zerstörern auf der Stufe. Dann gibt es die Kapitänskillung und das erste Gameplay. Fangen wir doch mal bei den Modulen an. Dort nutze ich Zielsystem Mod 1, um einfach die Streuung ein bisschen besser zu machen. Alternativ ist aber auch Flakgeschütze Mod 2 eine super Wahl. Im zweiten Slot nutze ich Antriebsmod 2, um einfach ein bisschen schneller zu beschleunigen. Im dritten Slot nutze ich Tarnsystem Mod 1, einfach für einen besseren Tarnwert. Und zu guter Letzt nutze ich noch Hop-Batterie Mod 3, um einfach die Nachladezeit der Hop-Batterie besser zu machen. Hier haben wir wirklich eine sehr gute Hop-Batterie, wirklich auf einem Level mit zum Beispiel der Gear Ring. Und die Verbesserungen sind soweit alle eingebaut. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir einmal Schadensbegrenzung mit unendlich Aufladungen. Als zweites den Nebelerzeuger mit zwei Aufladungen, auch hier typisch für die amerikanischen Nebel. Auf jeden Fall ein sehr langer Nebel. Und zu guter Letzt noch den Motorboost mit zwei Aufladungen. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir natürlich mit anderen Zerstörern auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 30 Punkte, Trefferpunkte sind 18.000, was etwas unterdurchschnittlich ist für die Stufe. Panzerung sind 13 bis 20 Millimeter. Bauen uns hier auch nochmal schnell die Panzerungsgruppen an. Allerdings nichts wirklich Außergewöhnliches zu erwähnen für einen Zerstörer. Dann kommen wir zur Artillerie. Dort haben wir 31 Punkte. Und bei der Hauptbatterie haben wir 3x2, 127 Millimeter Geschütze mit einer Feuerreichweite von 10,9 Kilometer. Was genau im Durchschnitt liegt. Einer Ladezeit von 3 Sekunden. Was auf jeden Fall eine sehr starke Nachladezeit ist. Dauer für die 180 Grad Drehung sind 7,2 Sekunden. Was auf jeden Fall auch ein sehr guter Wert ist für die Stufe. Die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 2.000 bei einer 5%igen Brandwahrscheinlichkeit. Und der AP-Granaten Höchstschaden liegt bei 2.300. Damit haben wir eine richtig starke Hauptbatterie. Gerade der HE-Schaden pro Minute ist wirklich sehr sehr stark. Allerdings nur ein minimal überdurchschnittlicher Feuerstarter. Und auch der AP-Schaden pro Minute ist auf jeden Fall sehr gut. Bei den Torpedos haben wir 36 Punkte. Und dort haben wir 2x5, 533 Millimeter Torpedowerfer. Mit einer Ladezeit von 145 Sekunden. Was natürlich eine sehr langsame Nachladezeit ist. Da muss man wirklich sehr sehr geduldig sein. Dauer für die 180 Grad Drehung ganz normal 7,2 Sekunden. Der Höchstschaden liegt bei 17.900. Was genau im Durchschnitt liegt. Auch die Torpedo-Erkennbarkeit zu sehen mit 1,4 Kilometern genau im Durchschnitt. Die Torpedo-Reichweite allerdings 16,5 Kilometer. Ist natürlich ein ultra starker Wert. Und die Torpedo-Geschwindigkeit sind 66 Knoten. Was auch genau im Durchschnitt liegt. Und damit haben wir leider einen unterdurchschnittlichen Torpedoschaden pro Minute. Wir haben natürlich 10 Torpedos. Aber die Ladezeit machen die Torpedos doch relativ schwach im Vergleich. Weil man dort wirklich sehr lange warten muss. Und wenn man dann vorbei wirft. Dann kommt natürlich erstmal nichts bei rum. Bei der Flugabwehr haben wir 52 Punkte. Und dort haben wir 10x1 20 Millimeter Geschütze. Mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 36. Und einer Reichweite von 2 Kilometern. Dennoch 2x2 40 Millimeter Geschütze. Mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 23. Und einer Reichweite von 3,5 Kilometern. Dennoch 2x4 40 Millimeter Geschütze. Mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 32. Und einer Reichweite auch von 3,5 Kilometern. Und zu guter Letzt noch 3x2 207 Millimeter Geschütze. Mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 45. Und einer Reichweite von 5 Kilometern. Damit haben wir auf jeden Fall die aktuell beste Flugabwehr von den Stufe 8 Zerstörern auf der Stufe. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Flugabwehr dann auch nicht wirklich stark ist. Im Vergleich zum Beispiel eine Friesland auf Stufe 7 hat nochmal eine Flugabwehr, die doppelt so viel Schaden macht. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 85 Punkte. Höchstgeschwindigkeit sind 36,5 Knoten. Was auf jeden Fall unterdurchschnittlich ist für die Stufe. Wendekreisradius sind 620 Meter. Was auf jeden Fall ein sehr guter Wert ist. Und auch die Ruderstellzeit hier ein sehr guter Wert mit 3,1 Sekunden. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 89 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser sind 7 Kilometer, was genau im Durchschnitt liegt. Erkennbarkeit zu Luft sind 3,5 Kilometer. Auch hier genau im Durchschnitt. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 Kilometer. Und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel auch genau im Durchschnitt mit 2,6 Kilometern. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich den William Halsey mit der Basisfähigkeit Ich meine es böse. Und geskillt haben wir einmal Aufmerksamer Zorn, um unsere Hop-Batterie noch weiter zu verbessern. Zusätzlich sehen wir etwas früher feindliche Torpedos, was uns natürlich dabei hilft auszuweichen. Leider verlieren wir ein bisschen Ruderstellzeit, aber dieses Jahr allgemein relativ gut. Von daher kann man mit leben. In der zweiten Reihe Prüfnerblick, um einfach den Tarnwert zu verbessern. In der dritten Reihe nutze ich Aufmerksam, um einfach weniger Schaden zu erleiden. Außerdem haben wir hier natürlich auch den nächsten gegnerischen Gegner angepeilt mit der Funkortung. Als viertes nutze ich Nebel über den Wasser, um den starken Nebel noch weiter zu verbessern. Und als legendären Skill nutze ich Unaufhaltsam. Ist natürlich immer sehr angenehm. Gerade wenn man mit einem Zerstörer auch häufig offen ist, um gegen andere zu kämpfen. Und bei den Inspirationen nutze ich einmal den Erich Bay, um nochmal die Tarnung zu verbessern. Und zusätzlich nochmal den Jersey Swirsky, um weiter einen besseren Tarnwert zu bekommen. Alternativ ist aber auch der William Sims auf jeden Fall eine richtig starke Inspiration, weil man hier bis zu 3200 Trefferpunkte noch dazu bekommen kann. Das kann natürlich einen Unterschied machen, aber der bessere Tarnwert ist mir persönlich minimal lieber. Und daher bleibe ich bei dieser Skillung. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins erste Gameplay. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Nördliche Gewässer im Herrschaftsmodus. Mit dabei der Sir Nigel in der Buffalo und der Lord King Potato mit der Lenin. Wir haben hier auf jeden Fall ein legendäres Gefecht erwischt. 2 Yamatos im Gegnerteam. 3 Zerstörer insgesamt, 1 Kreuzer, 5 Schlachtschiffe haben wir dort. 3 Kreuzer ist natürlich optimal. Die Sumner ist auf jeden Fall ein richtig starker Zerstörerjäger. Und ja, im Gegnerteam 2 Sommers und eine Yugumo sollten eigentlich kein großes Problem darstellen. Gucken wir mal, ob wir den einen oder anderen davon vielleicht erwischen können. Und ich muss dazu sagen, dieses Schiff hat auf jeden Fall einfach enorm hohes Potenzial. Gerade wenn man das Schiff mit der Gearing vergleicht, was ja auf jeden Fall doch ein relativ gutes Gunboot, auch auf der legendären Stufe ist. Aber wir haben hier einfach die identische Hopp-Bewaffnung vom Schaden pro Minute. Also dort haben wir auf jeden Fall gleiches Potenzial wie eine Gearing. Wir haben auf jeden Fall fast identische Torpedos. Der einzige Unterschied bei den Torpedos ist eigentlich, dass wir nur 9 Sekunden schlechtere Nachladezeit haben der Torpedos. Ansonsten haben wir hier quasi fast eine Gearing und noch ein weiterer Vorteil sogar bei Sumner, dass die einfach tiefer im Wasser liegt. Dementsprechend schwieriger zu treffen ist. Also auf jeden Fall schon ein richtig starker Zerstörer auf der Stufe. Nutzen hier einfach mal die Torpedos auf maximaler Reichweite. Einen Torpedowerfer schicken wir Richtung C, einen Richtung A. Vielleicht haben wir Glück, treffen dort was, wenn nicht auch nicht so verkehrt. Und da kommen auf jeden Fall auch schon mal ein paar feindliche Torpedos. Unsere Funkordnung zeigt auch nach rechts. Das heißt, einer von den Zerstörern kommt dort. Hopp-Batterie ist natürlich schon ausgerichtet. Können direkt losschießen. Nebelt sich hier sofort. Aber die Hopp-Batterie ist natürlich einfach stark. Eben eine 3000er-Kelle, fast 4000. Die Thomas hat hier natürlich keinerlei Chancen. Bremst hier immer noch runter. Kann zugehen. Aber der ist der Nickel trifft dort auch nochmal. Und so schnell ist der erste feindliche Zerstörer schon mal draußen. Ohne, dass wir einen einzigen Trefferpunkt verloren haben. Das ist natürlich super. Das ist halt einfach ein fantastisches Schiff, um das eigene Team Richtung Sieg zu bringen. Weil man einfach so ein starkes Potenzial hat, die feindlichen Zerstörer rauszunehmen. Und wir haben schon gesehen, da hat sich eine weitere Vermeers genebelt hier. Unsere Torpedos leider knapp bei A vorbei. Die Edinburgh musste dort aber, glaube ich, aus dem Nebel rausfahren, um unseren Torpedos auszuweichen. Konnte aber leider nicht bestraft werden. Aber halb so wild. Aber nicht unbedingt der beste Rundenstart, würde ich sagen. Wir haben schon ein Schlachtschiff und auch einen Zerstörer verloren. Also Gegnerteam hier, klar im Vorteil. Auch wenn wir hier natürlich die Mitte relativ eindeutig gewonnen haben. Müssen wir mal ein bisschen abwarten. Wir möchten natürlich auch nicht zu aggressiv jetzt hier in den anderen Zerstörer reinfahren. Deswegen haben wir unser Schiff auch weggedreht. Da kommt er nämlich zurück. Sonst werden wir von zu vielen Gegnern hier beschossen. Werden jetzt hier auch aufgeklärt. Aber das muntere Gießen kann wieder beginnen. Treffen hier auf jeden Fall auch wieder sehr gut. Kriegen hier auch Unterstützung von den verbündeten Schlachtschiffen, die alle quasi in der Mitte stehen. Ist natürlich nicht optimal. Man möchte natürlich gerade die Schlachtschiffe so positioniert haben, dass diese Kreuzfeuer aufbauen. Das ist bei uns im Team auf jeden Fall nicht der Fall. Dennoch war es in dieser Situation natürlich schon nützlich, dass dort ein oder zwei Schlachtschiffe mit auf den Zerstörer geschossen haben. Und diesen dann mit rausnehmen konnten. Und die Yugumo hat sogar das Feuer auf uns eröffnet. Wurde dort auch direkt von unseren Schlachtschiffen bestraft. So sieht man das gerne. Hat dementsprechend auch nicht mehr ultra viel Leben. Und ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier um A oder um C kümmern, werden wir versuchen, die Yugumo endgültig rauszunehmen. Das, was dieser Zerstörer natürlich am besten kann. Feindliche Zerstörer das Leben schwer machen mit der Hop-Batterie. Und wir haben auf jeden Fall unsere Torpedos dort rausgehauen. Gucken wir mal, ob wir dort auf 13, 14 Kilometern irgendwie was treffen können. Das andere leider nicht. Aber eventuell die Bismarck, die dort noch hinter war. Nichtsdestotrotz versuchen wir uns jetzt hier die Yugumo zu schnappen. Treffen hier sogar zwei, drei Torpedos gegen die Bismarck. Ich habe schon fast vergessen gehabt, dass die Torpedos überhaupt noch unterwegs sind. Bis ich eben nach A geguckt habe. Also das ist natürlich dann auch mal so ein netter Überraschungseffekt. Nicht nur für mich, sondern auch für den Gegner besonders. So, sind aber hier aufgeklärt. Das heißt, die Yugumo, die minimal besseren Tarnwert hat, ist vor uns. Hop-Batterie. Ist ausgerichtet. Und ja, drei Seifen reichen, um hier die letzten Trefferpunkte der Yugumo zu holen. Werden hier zwar nochmal ein bisschen vom Gegner getroffen. Von einem der Schlachtschiffen. Aber damit sind auf jeden Fall alle drei feindlichen Zerstörer eliminiert. Und jetzt sieht es natürlich schon besser aus. Auch wenn wir in Anführungszeichen nur 100 Punkte vorne sind. Haben jetzt hier einen Schiffsvorteil. Und ich habe natürlich jetzt relativ große Freiräume mit fünf Startschiffen, die nur noch übrig sind. Und einen Kreuzer. Werden jetzt auch Richtung A fahren und versuchen das A-Cap einzunehmen für unser Team. Dass die Gegner von den Punkten nicht aufholen. Auch wenn hier vier Schiffe sind. Keine große Gefahr. Die Edinburgh hat ja schon den Nebel genutzt. Dementsprechend wissen wir, dass er nicht mit Radar spielt. Bismarck hat auch nicht mehr viel Leben. Haben wir ja gut mit drei Torpedos getroffen. Weiß gar nicht, wie viel Schaden wir gemacht haben. 25.000 und sowas um den Dreh, glaube ich. Warten hier aber nochmal mit unseren Torpedos. A-Cap leider blockiert. Muss wahrscheinlich das andere Schlachtschiff schon drin sein, weil die Flandre war noch ein bisschen zu weit weg. Ja, die Roma ist hier schon deutlich dichter. Da hauen wir auf jeden Fall den ersten Torpedofächer raus und den zweiten Torpedofächer Richtung Flandre. Gucken wir mal, ob sie damit rechnen. Können eventuell gleich, wenn wir kurz vor der Insel sind, nochmal hier eine Salve auf die Flandre schießen. Auch wenn er die Geschütze zu uns gedreht hat. So eine schnelle Reaktionszeit hat er nicht, um zu schießen. Haben sogar zwei Salven rausbekommen und die Torpedos. Ein Fächer auf die Roma und einen auf die Flandre. Sehen sehr gut aus. Treffen hier insgesamt fünf Torpedos. Sehr, sehr schön. Das ist natürlich top. Roma damit rausgenommen und die Flandre hat auf jeden Fall auch ein bisschen was kassiert. Eventuell war es gar nicht mal so schlau, dass wir hier das Feuer eröffnen, weil... Vielleicht haben wir dadurch sogar weniger Torpedos getroffen, weil die Flandre auf jeden Fall eingedreht ist. Aber das hätte er vielleicht auch so gemacht. Man weiß es nicht. Spekulation. Nichtsdestotrotz hat er, ja, ich glaube wir das ausweichen müssen und hat dann Breitseite zu unserem Nachtschiff gezeigt. Und dann wurde er mit einer weiteren Salve ganz rausgenommen. Genau wie die Edinburgh von unserer Yamato. Sehr schön. Ging doch jetzt, nachdem die drei Zerstörer die wichtigsten Kills wirklich in der Runde, um hier das Gefecht Richtung Sieg zu lenken. Draußen waren noch relativ schnell die Schlachtschiffe und Kreuzer waren dann nur noch Formsache. Wir holen uns jetzt hier auch noch das Arcap. Im Gegnerteam lebt nur noch eine von den Yamatos. Die sollte hier natürlich auch relativ schnell Geschichte sein im 1 gegen 7. Also ich muss sagen, die Sumner auf jeden Fall ein super Zerstörer. Sehr starke Hopp-Bewaffnung. Brauchbare Torpedos auch auf höheren Distanzen. Haben hier in der Runde zum Beispiel die Bismarck auf 13 Kilometern oder so getroffen. Mit drei Torpedos. Aber auch auf dichterer Reichweite eben nochmal fünf weitere Treffer. Können wir uns echt nicht beschweren. Und wie gesagt, von der Hopp-Batterie kann ich nur schwärmen. Wirklich sehr, sehr stark. Und dort braucht man sich nicht im 1 gegen 1 verstecken gegen feindliche Zerstörer. Und ja, die Yamato verliert hier wirklich ganz schnell die Trefferpunkte. Und die Runde ist auch zu Ende. 114.000 Schaden wurden das in der Runde. Mit 59 Zieltreffern der Hopp-Batterie. Acht Torpedotreffer. Zwei Ausfälle. Drei Schiffe zerstört. Zwei Brände gemacht. Sechs Wassereinbrüche. Zweimal das Cap verteidigt. Denn ein Solo Cap geholt. Und noch eine Eroberung unterstützt. Fünf Schiffe aufgeklärt. Und dann gab es noch den Unterstützer. Gucken uns natürlich auch das Teamergebnis an. Und hier 3.100 Basis-EP. Das ist natürlich ganz ordentlich. Wurden dort natürlich gut belohnt. Dass wir die 3 feindlichen Zerstörer gut runtergeschossen haben. Das wird ja immer prozentual berechnet. Dementsprechend haben wir dort natürlich sehr viel prozentualen Schaden gegen die Zerstörer gemacht. Und im Gegnerteam immer noch die Sommers. Bester Gegner. Gucken uns nochmal schnell den Wirtschaftszweig an. 272.000 Kreditpunkte Profit gemacht. Mit einem einfachen Booster. Und dann gab es noch etwas an Erfahrung. So Leute. Das soll es auch soweit mit der Schiffsvorstellung der Sumna gewesen sein. Und ich finde es auf jeden Fall wirklich ein fantastisches Schiff auf der Stufe. Wirklich sehr sehr gute Hauptbewaffnung. Und man hat es hier gesehen in der Runde. Das kann auf jeden Fall sehr schnell das Ganze von einer Runde. Die doch eher so lala aussah. Wir haben auf jeden Fall schnell zwei Schiffe verloren. Aber dann haben wir uns fokussiert auf die feindlichen Zerstörer. Alle drei aufgeklärt oder dafür gesorgt, dass diese aufgeklärt werden. Runtergeschossen. Und dann hat das Ganze sich natürlich schnell gedreht. Und wir konnten hier auch einen relativ entspannten Sieg einfahren. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.